Der Weg zum Erfolg ist keine glatt betonierte Fahrstrecke, zu dem man dir einen Sportwagen zur Verfügung stellt, auf das du entspannt Richtung Horizont cruisen mögest. Der Weg zum Erfolg ist hart. Hart und steinig. Manchmal führt er über dünnes Eis. Manchmal ist der Gegenwind so stark, dass er dich beinahe wegfegt. Und niemand wird dir helfen, ihn zu gehen. Du wirst Fehler machen. Viele Fehler. Du wirst Rückschläge erleiden. Viele Rückschläge. Manchmal wirst du so am Boden sein, dass du dir wünschst, lieber niemals geboren worden zu sein. Aber was tust du? Gibst du auf? Brichst du ein? Niemals. Du lernst aus deinen Fehlern und machst weiter. Rückschläge können dich nicht brechen. Sie machen dich nur stärker. Und gewappnet mit noch mehr Kraft, als zuvor gehst du deinen Weg unbeirrt weiter. Immer weiter. Immer weiter. Richtung Spitze. Egal was deine Voraussetzungen sind, wenn du auf die Welt kommst, welche Karten dir gegeben wurden, ob dir ein Bein fehlt, ob du 1,50 bist, ob du keine Eltern hast, alles scheißegal. Das heißt, keine Ausreden, keine Entschuldigungen. Der Gewinn am Ende ist nicht der mit den besten Ausreden, sondern der trotzdem gemacht hat. Auch du, gerade du, die das siehst jetzt hier. Du kommst aus irgendeinem Dorf vielleicht. Junge, ich komme selber. Bruder, ich komme aus dem letzten Dorf. Im Hunsrück. Ich bin durchmachiert, deswegen vergiss diesen Gedanken. Ja, ich bin ein kleiner Fisch in diesem Ozean von tausend Fischen. Du bist ja auch so, genau so. Bist sind die anderen besser als du, oder was? Nein, es gibt keine Hindernisse. Nur im Kopf gibt es Hindernisse. Deshalb sage ich euch, dieser Sport, den wir jeden Tag machen, der ist nicht einfach, damit wir geil aussehen, uns geiler fühlen. Sixpack, schön, ha. Warum gehe ich nicht auf die Bahamas? Ich habe Millionen. Fresse mich mit Kuchen zu. Warum laufe ich durch diesen behinderten deutschen Wald hier? Ich sage euch eins, weil es die Psyche trainiert. Und wir wollen den ganzen Kuchen. Sport ist ein unersetzbares Mittel dazu, die Psyche zu trainieren. Stärker zu werden im Kopf. Und das schlägt sich auf alle anderen Lebensbereiche nieder. Und eins sage ich euch. Und dann werdet ihr mich irgendwann verstehen. Man hat nicht ein Ziel. Das erreicht man und dann shit man den Rest seines Lebens. Niemals. Es kommen neue Ziele. Amben. Will. Onyieri. Niemals. Ja. Wir hören dir heute.